ja hallo liebe uhr und freunde ich begrüße euch ganz recht herzlich hier auf meinen kanal im federhaus mein name ist alexander und ich zeige euch heute im hands-on die neue tag heuer carrera aus 2020 mit dem manufakturwerk heuer 02 und hier in der bicolor ausführung am schwarzen krokodiller armband und eben mit diesen rosé goldenen akzenten optisch finde ich die uhr wirklich sehr stimmig und der eine oder andere von euch der hat in den kommentaren auch schon in meinem video zur blauen carrera danach gefragt wann ich denn die bicolor variante mal zeige ja und jetzt ist es soweit auch hier eben noch mal der blick auf das schöne heuer 02 werk mit dem skelettierten rotor ich gebe dem roter jetzt mal so kleinen anschwung und lasst ihn mal so ein bisschen rotieren ja können wir die brücken schön erkennen und da oben links sitzt das schaltrad und ja unruhe tickt vor sich hin hier sehen wir die rosé vergoldeten drücker und die krone und hier eben die schrift auch in der keramik lünette auch ebenso in rosé gold ton gehalten gehäuse ist poliert und mattiert so sehr scharfe kantentrennung auch eine richtig schön sauber ausgeführte politur hier kann man das sehen da gibt es keine verzerrung drauf nichts und ich hätte gar nicht damit gerechnet dass der carrera ein leder armband so gut steht für mich sind das eigentlich eher uhren am stahlband aber ich weiß von der optik dieser uhr doch so ein bisschen überrascht hat mir gut gefallen technischen daten blende ich euch ein kommen so ungefähr bei minute 406 dann gibt es natürlich die ganzen abmessungen zu sehen gewicht der uhr und so weiter und natürlich auch der preis hier gucken wir uns mal das leder armband an das ist jetzt noch sehr sehr steif wenn die uhr so neu ist das muss ich auch erst mal ein bisschen eintragen oder muss eingetragen werden was schön ist es eben diese schließe ohne einen pin das heißt man verschleißt das leder armband nicht indem man irgendwelche ja die sind diesen noppen da immer wieder rein und raus zieht sondern das kann man wirklich stufenlos bis auf den millimeter genau an sein handgelenk anpassen das finde ich ganz gut gemacht und ein einziger nachteil der mir so ein bisschen aufgefallen ist ist bei meiner recherche habe ich festgestellt dass takoya auf seiner homepage angibt dass die zeiger indizes und eben die krone und die drücker 5 n das bedeutet meiner meinung nach fünf mikron vergoldet sein sollen und ich hätte bei dem preis von der uhr eigentlich gedacht dass dann zumindest irgendwie drücker und krone vielleicht aus massiv gold gefertigt sind und verbindliche preis empfehlung hier zum zeitpunkt des videos liegt bei 6200 euro und das erscheint mir dann für die vergoldung der komponenten im vergleich zu den serien modellen einfach schon ein bisschen teuer muss ich mal sagen wenn ich überlege dass die anderen modelle so bei 5450 euro liegen an einem massiven edelstahl armband also ich persönlich kann man das nicht vorstellen dass jetzt das alligator leder band und diese dieses bisschen vergoldung diesen diesen großen preisaufschlag rechtfertigen das finde ich einfach ein bisschen viel aber ich denke mal dass der markt das schon regeln wird und die preise dann im markt entsprechend angepasst werden sage ich jetzt einfach mal bei der nachfrage weil so ehrlich gesagt ich finde die uhr richtig schick aber schon doch ja ein bisschen bisschen teuer das fand ich ein bisschen komisch ja auf jeden fall sehr sehr schöne uhr und hier mal an meinem handgelenk hier an meinem handgelenk habe ich jetzt ungefähr 18,5 jetzt vielleicht 19 cm umfang ist ja gerade recht war mal wieder und ich gesagt armband ist jetzt noch so ein bisschen steif wenn die uhr neu ist deswegen kann ich das nicht so schön anlegen ich wollte auch jetzt natürlich das armband nicht durch die schließe fädeln dafür das ist ja denke ich nachvollziehbar ja war auch an so einem lederband sieht die carrera wirklich wertig aus ich bin trotzdem mehr so ein bisschen der edelstahl armband fan aber nichtsdestotrotz steht dieser uhr hervorragend ja bedienung war natürlich tadellos einzige was ich jetzt noch sagen kann ist eben auch wieder das datumsfenster die schrift in dem in dem datum gefällt mir persönlich irgendwie nicht so gut hätte vielleicht so ein bisschen präsenter sein können vielleicht auch eine schwarze datumsscheibe hier bei einem schwarzen zifferblatt ist natürlich jammern auf hohem niveau aber der preis ist auch auf einem hohen niveau und deswegen muss tag heuer sich das eben leider von mir anhören ja ansonsten aber eine wirklich sehr sehr schöne und trotzdem stimmige uhr wie gesagt preis leistung bei der vergoldung bin ich ein bisschen skeptisch aber ja ich denke mal das wird sich dann auf dem markt dann bei der nachfrage entsprechend regeln dann hoffe ich es hat euch spaß gemacht und ich sage dann bis zum nächsten mal im federhaus und hoffe es hat euch spaß gemacht also lieben macht's gut und ja bis demnächst